Bad Computers zu aktivieren. Was kann ich für Sie tun, Sir? Schön unterwegs, Sir. Noch etwas, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Auch Killer Moth, der anscheinend das Kraftwerk zertrümmert. Killer Moth? Wirklich? Wow. Killer Moth, wer hätte das gedacht? Und irgendein Einbruch bei Ace Chemicals. Passen Sie auf, wenn Sie draußen sind. Entschuldigt uns, Sir. Noch etwas, Sir. Achso. Was ist das? 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 Entschuldigung Star Was ist das? 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 Was ist das?